Dies ist ein weiteres Video zum Thema Stochastik und hier geht es um die Streuung, um den Erwartungswert. Aber diesmal anhand eines Aufgabenbeispiels. Wie wird die Streuung und auch der Erwartungswert in so eine Aufgabenformulierung von so einer Standardaufgabe mit einbezogen? Ganz häufig, wenn es darum geht, Streuung und Erwartungswert zu berechnen, geht es darum, es wird eine Binomialverteilung betrachtet, weil dann einfach die Berechnung von Erwartungswert und Streuung einfacher ist. Ist aber nicht immer so. Ich habe jetzt hier mal so eine Binomialverteilung formuliert. Es wird irgendetwas hergestellt in irgendeiner Fabrik, irgendwelche Dinge, ist jetzt egal welche. Jetzt muss angegeben sein, wie groß ist meine Trefferwahrscheinlichkeit, also hier p gleich 10%. Und dann muss natürlich ein N gegeben sein, wie viel werden insgesamt hergestellt. So, zu diesen Angaben kann ich jetzt meine Binomialverteilung aufstellen. Ihr könnt das Video gerne anhalten und die euch einmal richtig zeichnen lassen. Oder man macht sich schnell eine kurze Skizze, wo halt nur die wichtigsten Informationen drinstehen. Nehme ich einmal hier das N. Und dann muss ich natürlich den Erwartungswert ausrechnen, damit ich praktisch hier irgendwo angeben kann, wo hier mein zentraler Mittelwert ist, meine Wahrscheinlichkeitsverteilung. Bei einer Binomialverteilung ist das ganz einfach. Der Erwartungswert ergibt sich aus N mal p, also 400 mal 0,1, macht hier 40. Das heißt, das soll jetzt hier nicht maßstabsgetreu sein. Ich sage jetzt hier irgendwo, sei meine 40. Das ist also mein zentraler Mittelwert. Da habe ich also die höchste Wahrscheinlichkeit hier. Und darum verteilt sich jetzt hier irgendwo meine anderen Werte. So, und eine Standardfrage, wo jetzt die Streuung mit eingeht, zusätzlich zu dem Erwartungswert, wäre zum Beispiel, wie viele Teile, oder als Vorfrage erstmal, wie viele Teile, wie viele defekte Teile haben vom Erwartungswert höchstens den Abstand der Standardabweichung. Also wenn ich das mir hier in meiner Skizze betrachte, hier unten habe ich ja die Anzahl der defekten Teile. Das wäre praktisch, so ist meine Zufallsvariable x definiert. Und jetzt frage ich praktisch, wie viele von diesen defekten Teilen, wie viele defekte Teile haben zu diesem Erwartungswert jetzt hier einen bestimmten Abstand, nämlich den Abstand der Standardabweichung. Also ich möchte wissen, jetzt wenn ich hier die Standardabweichung muss, muss ich dazu natürlich gleich erstmal berechnen, wenn ich jetzt weiß, wie groß die Standardabweichung ist. Und ich kann jetzt hier sagen, 40 plus diese Standardabweichung. Standardabweichung war ja mit Sigma bezeichnet. Wem das nicht klar ist, wie man das berechnet, speziell bei der Binomialverteilung, bitte unbedingt nochmal das vorhergehende Video anschauen. Also habe ich Erwartungswert plus Sigma und Erwartungswert minus Sigma. Und ich möchte jetzt wissen, von bis, wie viele Teile, wie viele defekte Teile liegen da drin. So, den Erwartungswert habe ich bereits berechnet. Jetzt muss ich natürlich die Standardabweichung berechnen. Und das war ja die Wurzel aus der Variant. Und die Variant berechnet sich bei der Binomialverteilung mit n mal p mal 1 minus p. So, einmal schnell den Taschenrechner eingeben und dann ergibt sich der Wert 6. Deswegen hatte ich das hier so speziell gewählt, damit ich hier eine ganze Zahl rauskriege. Das muss aber nicht immer so sein. So, das heißt, ich habe die Standardabweichung 6. Das bedeutet, wenn ich jetzt 40 plus 6 rechne, das sind praktisch die Anteile der defekten Teile, die vom Erwartungswert höchstens den Abstand 6 haben. Also, wenn ich hier habe 40 plus 6 und minus 6, dann bin ich hier bei 34 und hier bei 46. Das heißt, zwischen 34 und 46 Teilen, defekten Teilen, bin ich praktisch, habe ich in meiner Standard, habe ich, ist die Anzahl, das ist die Anzahl der Teile, die vom Erwartungswert höchstens den Abstand der Standardabweichung haben. So, und wenn ich das bestimmt habe, dann ist häufig die zweite Frage. Wie groß ist denn jetzt die Wahrscheinlichkeit, dass die Anzahl der defekten Teile höchstens um die Standardabweichung, hier um den Erwartungswert, abweicht? Ich möchte also praktisch die ganzen Wahrscheinlichkeiten hier zusammen haben. So, wem diese Frage nicht so ganz klar hat, das Video gerne noch mal kurz anhalten und so ein bisschen auf der Zunge zergehen lassen. Wichtig ist zu verstehen, was ich hier jetzt haben möchte. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Anzahl der defekten Teile höchstens um die Standardabweichung vom Erwartungswert abweicht. Also, die Anzahl defekter Teile, die höchstens um die Standardabweichung vom Erwartungswert abweicht, habe ich hier. Die liegt zwischen 34 und 46. Also in diesem Bereich hier. Und in diesem Bereich möchte ich jetzt praktisch alle Wahrscheinlichkeiten haben, damit ich die aufsummieren kann und dann sagen kann, in dem Bereich, die Gesamtwahrscheinlichkeit in dem Bereich, beträgt dann so und so viel. Und das kann ich im Prinzip über die kumulierten Wahrscheinlichkeiten ganz einfach machen, denn ich sage, ich rechne bis hierhin alle Wahrscheinlichkeiten und ich berechne bis hierhin alle Wahrscheinlichkeiten. Von 0 bis dahin und von 0 bis dahin. Und dann kann ich die beiden voneinander abziehen und dann habe ich genau die Wahrscheinlichkeiten, die in diesem Intervall liegen quasi. Also ich kann jetzt hier ein Intervall angeben und kann sagen, also von 34 bis 46 defekte Teile. Da möchte ich meine Wahrscheinlichkeit berechnen. Und das geht natürlich ganz einfach über die Differenz. Da sage ich jetzt also die Wahrscheinlichkeit, dass mein x größer gleich 34 ist und kleiner gleich 46, ist dann die kumulierte Wahrscheinlichkeit, dass mein x kleiner ist als 46. Das wäre praktisch alles aufsummiert bis zu dieser Schranke hier. Minus. Alles aufsummiert bis zu dieser Schranke hier. Das passt hier natürlich nicht mit der Skalierung, das tut mir leid. Aber ich glaube, das Prinzip hat man verstanden. So, jetzt ziehe ich die beiden Wahrscheinlichkeiten voneinander ab und dann habe ich die Wahrscheinlichkeit, dass die Anteil der defekten Teile höchstens um die Standardabweichung vom Erwartungswert abweicht, also in diesem Bereich hier liegt. Und schon bin ich fertig. Und das sind so zwei typische Aufgaben, wie sie vorkommen, um im Prinzip hier so eine Wahrscheinlichkeit von einem bestimmten Bereich zu berechnen. Manchmal wird hier der erste Teil auch weggelassen und dann wird nur die zweite Frage gestellt und man erwartet, dass man dann natürlich von selbst hier diesen Bereich erst mal bestimmt. Gut, ich hoffe, es ist klar geworden, wie man in so einem Aufgabenbeispiel die Streuung und den Erwartungswert berechnen muss, um dann bestimmte Fragen zu beantworten. Zum Schluss noch ein paar Fragen, damit ihr sicher gehen könnt, dass ihr die wichtigen Informationen aus diesem Video auch verstanden habt. Vielen Dank. Vielen Dank.